Weihnachten ist für mich eigentlich eine sehr entspannte Geschichte. Ich habe da meine Kinder, ich bin Teilzeit Papa und wir haben dann immer so am Nachmittag schon etwas früher als eigentlich normalerweise üblich Bescherung. Danach fahre ich dann mit meiner Freundin zu ihrer Familie. Dort geht es dann eigentlich sehr entspannt weiter und das hat sich die letzten Jahre so entwickelt und das ist eigentlich ein ganz toller entspannter Tag. Ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen Ruhe findet, dass ihr eure Akkus wieder aufladen könnt und einen entspannten Weihnachtstag.